So Freunde, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tag X der Quarantäne. Kurzarbeit geht soweit erstmal weiter. Nach der Pressekonferenz gestern Geschäfte maximal bis 800 Quadratmeter. Unser Geschäft ist größer. Das heißt, es sind noch mal zwei Wochen. Das ist, ja, war ich gestern schon ein bisschen down. Aber gut, wir haben es halt als notwendig erachtet. Ja, schwierig, schwierig. Ich hoffe, dass Ende April da dann weitere Lockerungen mit Augenmaß stattfinden, sodass man seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Weil ehrlich gesagt, gefühlt vier Wochen, das ist nicht wie Urlaub. Das ist nicht wie Urlaub. Man kommt sich nutzlos vor, aber das geht sicherlich vielen auch so. Den Kollegen, die ab Montag wieder dürfen im Handel, sei es Lebensmittelhandel oder Textilhandel. Viel Spaß, genießt die Arbeit, auch wenn es komisch klingt. Ja, ich wäre weiter vor mich rumgammeln. So, ansonsten... Das Wetter, wie ihr sehen könnt, ist herrlich. Der Frühling ist voll in seinem Element. Heute ist es auch mal wieder etwas wärmer. Ja, was werde ich heute noch so machen? Ihr seht, alleine unterwegs natürlich ein bisschen einkaufen zu gehen. Fotos weiß ich nicht. Auf dem kurzen Stücke, wenn ich noch was Schönes finde, werde ich ein Foto machen. Ansonsten wünsche ich erst mal noch einen schönen Tag. Genießt den Tag noch, erholt euch, bereitet euch die, die Arbeiten wieder gehen dürfen, mental auf die Arbeit vor. In dem Sinne, liebe Grüße.